Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir malen heute wieder ein Topmodel Bild, aber das ist heute ein ganz besonderes Topmodel. Wir malen Khan. Ja, Khan ist eigentlich kein Topmodel, also ich bin kein Topmodel. Ich weiß auch gar nicht, warum es eine Topmodel Challenge ist. Die beiden Damen hier, Nina und Kathi, werden versuchen, mich so gut wie möglich nachzumalen, nachzuzeichnen. Mal gucken, ob denen das gelingen wird. Bin ich echt gespannt, ob diese Topmodels so aussehen werden, wie ich später. Ja, natürlich, wir können ja super gut malen. Da bin ich echt gespannt. Ich werde, glaube ich, auch am Ende des Videos nochmal reinschauen. Ich lasse euch jetzt erstmal allein. Ich werde mich überraschen lassen, genau wie die ganzen Zuschauer jetzt. Genau. Ja, dann geht es, glaube ich, los, ne? Ja, noch kurz vorab. Wir haben kein Porträt, was wir sozusagen abzeichnen, sondern wir malen ihn quasi aus unserer Erinnerung. Er steht uns jetzt hier nicht Modell und wir malen ihn ab. Brauchen sie aber auch nicht. Wir sehen dich jeden Tag, deswegen ist das nicht so schlimm. Wir sehen dich ja jeden Tag. Deswegen müssen wir es auch ohne Bild hinbekommen. Das kriegen wir hin. Okay, dann zähle ich runter. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Ja, das Surfen. Ja, doch. Ja, okay. Nina, okay. Ja. Und? Ja, doch. Trifft alles. Also außer das Surfen passt eigentlich auch. Gerade der lila Pulli, okay. Sehr gut. Das Armbändchen und so. Die Kette. Ja, doch, doch. Passt. Ist alles unterschiedlich, aber es passt trotzdem irgendwie. Finde ich beide doch sehr gelungen. Ähm, ich sehe jetzt, ja, sehe ich mein Spiegelbild da drin? Ich weiß es nicht. Müsst ihr mir sagen. Ja, wahrscheinlich schon, wenn ihr es gezeichnet habt. Wir sind beide von unseren Meisternerken überzeugt. Genau. Wollte ich gerade sagen. Wir sind davon überzeugt, dass das könnte ein Foto sein, oder? Ja, das ist ein Ebenbild von Kahn. Also, das ist total krass. Das könnte auch auf meiner Geburtsurkunde stehen. Ja, das kannst du jetzt in deinen Personalausweis kleben, wenn du willst. Ähm, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches euch besser gefällt. Ähm, einfach unten reinschreiben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn euch die Idee gefallen hat, dass wir Kahn mal gemalt haben, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da freuen wir uns drüber. Ja, und vielleicht möchte Kahn ja auch mal Nina malen mit Kati gemeinsam als Revanche. Gute Idee. Äh, dann fühle ich mich nicht so ausgeschlossen und Kahn kann mir das dann auch zurückgeben. Und es würde uns wirklich mal interessieren, ähm, wie Kahn so malen kann, ne? Total. Wenn euch das auch interessiert, dann auch einfach einen Daumen nach oben, dann wissen wir Bescheid. Ja, das war's dann auch schon. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Tschüss!